Wir haben eine SMS-Kursnachricht für Sie. Die Nachricht lautet, Mission Mainz erfüllt, Ausrufezeichen, Plakate, Achtkomma, Verhaftungen, Müllpunkt, Mission 2, Hol den Vorschlag, Anna. Komm mal ans Fenster, komm her zu mir, siehst du da drüben, gleich da hinterm Bellblechzaun, da drüben auf dem Platz vor Aldi, haben sie unser Abbild im Stein gehauen. Komm auf die Straße, komm her zu mir, überall rum und gelang, halb zerknönt. Sieht so aus, als hätten die unser Denkmal heute Nacht schon ohne uns enttönt. Hol den Vorschlag, Hammer! Sie hatten uns ein Denkmal gebaut und jeder von Idiot weiß, dass es ihnen lieb versaut. Ich werde den schlechtesten Sprayer dieser Stadt organisieren. Sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Komm auf die Beine, komm her zu mir, es wird bald hell und wir haben nicht ewig Zeit. Wenn uns jetzt hier wer erwischt, wenn uns jetzt hier wer erwischt, sind wir für immer vereint in den Ton und Seligkeit. Hol den Vorschlag, Hammer! Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder von Idiot weiß, dass es ihnen lieb versaut. Und ich hätte die schlechtesten Sprayer dieser Stadt organisieren sollen nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. Siehst du, die Hinschrift, da unten bei ihnen stehen. Da steht in Badenasche, wir sagen Ewigkeit mehr. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder von Idiot weiß, dass sie ihr versaut. Ich werd' die schlechtesten Square dieser Stadt engagiert und nachts noch die Trümmer mit Parolen gespielt. Und sie machen uns ein Denkmal gebaut und jeder Apollidiot weiß, dass sie die versaut. Ich werd' die schlechtesten Square dieser Stadt engagiert und nachts noch die Trümmer mit Parolen. Parolen beschmieren.